Ja, es ist Chaos und ja, ich kann das gut sehen. Ich kann auch lesen und ich kann vor allem fühlen, welches kollektive Chaos wir gerade im Außen haben. Und genau das bringt mich immer wieder dort auf diesen Punkt, an dem ich dir sage, es ist fantastisch. Denn wir sind Menschen und ich kenne keinen Menschen, der einfach mal so zu sich gekommen wäre, der einfach mal so gesagt hätte, ach, ich glaube, ich schaue mal, wie ich vom Außen nach Innen wieder zu mir komme, zu meiner Essenz. Und auch kenne ich viele Menschen, die immer wieder gesagt haben, ja, ich würde ja so gerne und das Kollektiv und das Kollektiv. Und ich kann das alles gut verstehen. Und deshalb, sieh jetzt dieses Geschenk, das wir alle bekommen. Das Kollektiv hat jetzt im Kollektiv festgestellt, dass im Außen keinerlei Sicherheit da ist. Und jetzt können wir im Kollektiv und du für dich, ich für mich, jeder für sich in dir deine Basis aufbauen, in dir deine Sicherheit aufbauen, in dir dein Urvertrauen wiederfinden. Denn so bist du unabhängig. Du stehst in dir, egal was im Außen passiert, weil du durch dein Ich-Bin getragen bist. Und mit so einer festen Basis kannst du alles erreichen, alles sein, alles leben und alles erleben. Und stell dir mal vor, wenn das im Kollektiv stattfindet. Ich freue mich sehr auf alles, was jetzt kommt, weil ich weiß, dass es wirklich, wirklich eine wunderbare Chance für uns alle ist. Also nutze sie bestens, bau deine Wurzeln auf, geh ins Urvertrauen, komm zu dir. Bis bald.